Hallo und herzlich willkommen bei deinem Latin Dance Workout. Lass uns gleich beginnen. Auf der Stelle locker marschieren. Sehr schön. Das ist unsere Bewegung, zu der wir immer wieder zurückkehren zwischen unseren Tanzblöcken als Entspannung und als Übergang zum nächsten Schritt. Also, das kannst du dir schon mal merken. Ganz easy am Platz marschieren. Nimm die Arme ein bisschen mehr mit. Hab einfach Spaß heute. Das ist das Wichtigste. Und dass du die ganze Zeit in Bewegung bleibst. Damit es einen super Fat Burner Effekt gibt. Hier von deinem Dance Workout. Okay, ich zeige dir jetzt unseren ersten Schritt. Salsa Seit. Achtung, wir machen den schon langsam. Wir beginnen mit rechts. Seit, Bepp, schließen, Pause. Nochmal. Seit, Bepp, schließen, Pause. Du gehst drauf, drauf, schließen, Pause. Und drauf, drauf, schließen. Lass uns ein bisschen schneller machen. Pause. Und eins, zwei, Pause. Hüpp. Genau, etwas fließen, dann noch vier. Komm, eins. Und zwei. Drei. Vier. Okay, etwas schneller. Komm, doppelt so schnell. Hüpp. Jetzt sind wir im Letten Dance Workout. Mehr geht nicht. Unser erster Schritt. Komm, ganz klein. Und Gewicht, Gewicht schließen. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Und geht das noch mit den Armen? Komm. Machen wir richtig Letten draus. Wuhu, das macht Spaß. Unser Salsa-Seitschritt, ja? Kannst du schon mal merken, einstecken in dein Repertoire aus den Schritten, die wir heute im Dance Workout haben. Wuhu, komm. Hab einfach Spaß. Wir machen noch vier. Drei. Zwo. Und marschiere. Easy. Ne, wir kehren immer wieder zurück hier in den Marsch. Sehr gut. Vier Salsa. Hüpp. Komm. Und wieder Marsch. Sehr schön. Vier Salsa. Sieben. Und hüpp. Wunderbar. Das ist unser erster Block. Unser erster richtiger Schritt. Und jetzt geht es nach rechts. Achtung. Traveling. Ja, so heißt der Schritt. Wir gehen noch mal zurück und üben den noch mal. Traveling. Und noch mal zurück. Und. Sehr gut. Bisschen schneller. Und. Ja, noch mal. Und travel. Ja, das heißt, du kannst dich richtig fortbewegen im Kreis. Äh, im Raum. Im Kreis nicht. Komm, wir üben noch mal zurück. Und travel. Und. Letztes Mal. Sehr schön. Jetzt hängen wir an Mambo dran. Und Mambo. Mambo. Und vor. Genau. Jetzt ist diagonal. Nein, du stehst ein bisschen schräg. Okay. Lass uns wieder zurückgehen. Und das üben. Traveling. Und dann den Mambo. Fünf. Sechs. Sieben. Let's go. Und travel. Pause. Mambo. Ja, noch mal zurück. Und zurück. Fünf. Sechs. Sieben. Und travel. Und Mambo. Sehr gut. Fünf. Sechs. Jetzt noch mal üben. Komm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Sehr gut. Auf vier ist eine Pause. Let's go. Hup. Und. Wuhu. Fünf. Sechs. Sieben. Eins. Zwo. Drei. Vier. Oh. Nochmal. Auf vier ist eine Pause. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Zwo. Drei. Pause. Sehr schön. Dann kannst du nämlich gleich da einsteigen. Okay. Wir wiederholen. Seil zur Seite. Und komm ins Traveling. Pause. Mambo. Yippie. Sehr gut. Und marschieren. Achtung. Wir starten. Sieben. Sieben. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Komm. Travel. Pause. Mambo. Wuhu. Zurück. Fünf. Sechs. Sieben. Lass uns nochmal starten. Und travel. Und Mambo. Yippie. Zurück. Letztes Mal. Fünf. Sechs. Sieben. Hup. Sehr schön. Hücher. Eins. Zwo. Drei. Pause. Mambo. Super. Jetzt bleiben wir hier. An dieser Stelle. Und machen das Ganze mit links. Achtung. Salsa. Ne. Salsa. Seit. Nochmal schön langsam. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Travel. Mambo. Sehr schön. Hast du das? Wuhu. Wir fangen nochmal an. Mit der rechten Seite. Und hängen die linke gleich hinterher. Yippie. Komm. Marschieren. Fünf. Sechs. Sieben. Mambo. Äh. Salsa. Wuhu. Traveling. Hup. Pause. Mambo. Bleib hier für den Salsa links. Yippie. Und komm nach links. Und Mambo. Yippie. Marschieren. Okay. Das merken wir uns. Schon mal einstecken in die Hosentasche. Diese zwei Schritte. Einmal rechts und einmal links. Fünf. Sechs. Sieben. Let's go. Travel. Nach rechts. Pause. Mambo. und Salsa side. Yippie. Komm. Travel. Und Mambo. Sehr gut. Marschieren. Letztes Mal zum Üben. Alles klar bei dir? Okay. Dann. Fünf. Sechs. Sieben. Salsa side. Travel. Eins. Zwei. Mambo. Bleib hier. Salsa. Yippie. Travel. Und Mambo. Sehr schön. Wir geben nochmal richtig Gas. Nimm die Bewegung mit. Die Arme und die Hüfte. Genau. Richtig Spaß bei deinem Workout. Das war unser erster Tanzteil. Puh. Sehr schön. Geschafft. Okay. Komm. Hier ein bisschen ausruhen. Trotzdem den ganzen Körper mitbewegen. Und dann zeige ich dir den zweiten Tanzteil. Ganz einfach. Es geht wieder los mit dem Salsa side. Ne? Das kennst du schon. Erstmal langsam. Das kennst du. Drittes Mal. Viertes Mal. Und jetzt Achtung. Neuer Schritt. Rechts vor. Kreuz. Rück. Und auf. Nochmal. Vor. Kreuz. Rück. Und auf. Ja? Das ist der Box. Step. Vier Steps. Steps in der Box. Ja? Vor. Und. Eins. Zwo. Drei. Vier. Geh vor. Zwo. Drei. Lass uns ein bisschen schneller machen. Ja? Ab jetzt. Oh. Tak. Tak. Oh. Tak. Tak. Yeeha. Geht doch ganz gut, oder? Noch zwei. Sehr schön. Okay. Malschiere. Wir hängen das zusammen. Salsa side. Und dann den Box step. Fünf. Sechs. Bist du dabei? Jetzt geht's los. Salsa. Noch zwei. Achtung. Box step. Vor. Kreuz. Rück. Auf. Und wiederholen. Hüpf. Und. Vor. Kreuz. Rück. Auf. Sehr schön. Lass uns das nochmal machen. Hüpf. Salsa. Und. Vor. Kreuz. Letztes Mal zum Üben. Salsa. Hüpf. Vor. Kreuz. Wunderbar. Jetzt hast du das, ne? Sehr schön. Alles von vorne. Ja. Salsa side. Travelling. Dann das Ganze wiederholen. Zurück kommt. Salsa side. Und dann den Box step. Kein Stress. Wir schaffen das. Zusammen machen wir es. Achtung. Ich zähle dich ein. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Salsa side. Gut. Und. Travelling. Eins. Zwo. Drei. Pause. Mambo. Bleib hier für den Salsa side. Komm wieder mit dem Travelling. Nach links. Pause. Sehr gut. Und. Gleich in den Salsa. Achtung. Box step. Hüpf. Sehr schön. Das wiederholen wir einfach nochmal. Salsa. Dieser Teil wird zweimal wiederholt. Vor. Wuhu. Malschiere. Komm. Sehr gut. Das macht echt Spaß. Und bringt den Fettstoffwechsel ordentlich in Wallung. Das ist toll am Tanzen. Man kann wirklich mit ganz viel Spaß viele Kalorien verbrennen. So. Wir starten nochmal. Block eins und zwei zusammen. Achtung. Jetzt geht's los. Komm mit dem Salsa side. Hüfte. Yeah. Travelling. Wuhu. Mambo. Und Salsa links. Travelling. Hüpf. Und Mambo. Yeah. Salsa side. Shaka. Wuhu. Box step. Nochmal das ganze Salsa. Sah heut. Und vor. Wunderbar. Komm. Gleich nochmal. Wir hängen alles dran. Wuhu. Super. Travel. Mambo. Und Salsa. Travel. Hüpf. Und Mambo. Jetzt wieder. Viermal Salsa. Hüpf. Und vor. Komm. Noch einmal. Und Salsa. Hüpf. Easy. Komm. Nach vorne. Box step. Und Malschir am Platz. Wunderbar. Yes. Ich zeige dir jetzt den nächsten Block. Vier Blöcke haben wir heute insgesamt. Ja. Und danach wird das Ganze noch ein bisschen mehr ausgetanzt. Das zeige ich dir aber gleich, wie wir das machen. Okay. Also. Wir haben wieder viermal Salsa. Da ändert sich nichts. Ja. Das machst du wie im Schlag. Und dann gehen wir nach rechts. Achtung. Einfach. Schritt. Ran. Schritt. Ran. Und jetzt. Schritt. Ran. Schritt. Ran. Okay. Wir gehen nochmal zurück. Das üben wir. Viermal Salsa. Und jetzt. Achtung. Jetzt schon schnell. Schritt. Ran. Schritt. Ran. Nach links. Nach rechts. Okay. Geh nochmal zurück. Fünf. Sechs. Sieben. Oh. Hüpf. Komm. Nach rechts. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nach links. Nach rechts. Sehr gut. Okay. Gar nicht so viel denken. Also zweimal Seit. Und dann einmal Seit. Und wieder zurück. Fünf. Sechs. Sieben. Wir starten. Juhu. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ran. Ran. Easy, ne? Okay. Wir machen daraus ein bisschen mehr Letten mit Hüfte und Armen. Und noch ein bisschen mehr Spaß. Lass uns loslegen. Fünf. Sechs. Sieben. Los geht's. Oh. Salsa. Jetzt geht's. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Salsa. Huh. Überraschung. Und dann geht's wieder zurück. Ja. Das ist genauso wie im ersten Block. Wir machen das Ganze hier auf der Seite. Lass uns nochmal langsam starten. Zack. 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 Das haben wir schon mal, ne? Und. Zack. Achtung. Jetzt bist du hier. Und wir starten wieder mit Salsa. Leg. Und dann geht's wieder zur Seite. Zur Seite. Schritt ran. Schritt ran. Ja. Das ist eine Einheit. Kann man sich gut merken. Das machen wir jetzt mal zusammen. Den ganzen Block drei. Fünf. Sechs. Sieben. Und Salsa. Und geht. Nach rechts. Und nach links. Nach rechts. Und Salsa. Und nach links. Nach rechts. Nach links. Okay. Wir marschieren. Das nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Komm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und Salsa. In die andere Richtung. Ja. Ja. Nehmt die Hüfte schön mit. Okay. Wir marschieren. Einen Durchgang noch. Fünf. Sechs. Sieben. Und Salsa. Komm. Gib Gas. Nimm die Arme mit. Hüpp. Und. Zack. Zack. Salsa. Hüpp. Und. Ja. Sehr schön. Hast du Block drei? Puh. Also. Einstecken. Merken. Ich würde sagen. Alles von vorne. Block eins. Zwei. Und drei. Puh. Bist du bereit? Ich sag nochmal ganz kurz, was dich erwartet. Vorweg immer das Salsa Side. Das weißt du jetzt schon. Ne. Dann gehen wir Travelling zur Seite. Dann kommt wieder Salsa Side. Der Box Step. Ja. Du erinnerst dich. Und dann im dritten Teil wieder Salsa Side. Ne. Haben wir gemacht. Und dann die Schritte zur Seite. Okay. Wir starten. Komm. Sehr schön. Achtung. Jetzt geht's los. Salsa. Travel. Pause. Und bleib hier. Salsa. Travel. Hüpp. Pause. Mambo. Und Salsa. Block zwei. Komm in den Box Step. Rechts. Nochmal. Wiederholen. Salsa. Und nach vorne. Box Step. Yippie. Viermal Salsa. Komm. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Es geht nach rechts. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und bleib hier für den Salsa. Hier komm. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Sehr schön. Malschiere. Das waren die drei Blöcke. Wunderbar. Bam. 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 Ich würde sagen, wir machen das nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Travel. Mambo. Bleib hier. Für den Salsa-Salsa. Und es geht. Travel. Mambo. Wir sind hier. Salsa. Box Step. Komm. Eins. Zwo. Eins. Zwo. Salsa. Wiederholen. Und. Und letzter, dritter Block. Erstmal. Zack. Es geht nach rechts. Eins. Zwo. Drei. Vier. Salsa. Und nach links. Und tap. Und ran. Sehr gut. Marschiere. Wunderbar. Nimm die Arme mit. Nimm die Hüfte mit. Alles ist in Bewegung. Sehr gut. Nochmal kurz alles richten. T-Shirt und Haare. Sitzt alles gut. Und marsch. Ich würde sagen, wir machen nochmal. Alle drei Blöcke. Fünf. Sechs. Sieben. Salsa. Komm. Jetzt gibst du richtig Gas. Travel. T-Shirt. Große Bewegung. Mambo. Bleib hier für den Salsa. Atme nicht vergessen. Hey. Zack. Und Salsa. Eins. Zwo. Drei. Vier. Boxstep. Eins. Zwo. Drei. Und Salsa. Schöcke. Und es geht. Eins. Zwo. Drei. Vier. Salsa. Hey. Zack. Zack. Und eins. Zwo. Drei. Wunderbar. Jetzt fehlt uns nur noch der vierte Teil. Ich würde sagen, den hängen wir jetzt einfach mal dran. Wunderbar. Jetzt geht los mit viermal Salsa. Und dann gehst du mit rechts vor, links rück, rechts rück, links rück, links rück. Ja. Das ist ein Mambo Step. Üb mit mir zusammen. Langsam. Mambo Step. Ja. Richtig mit Gewicht drauf. Gewicht zurück. Gewicht rück. Und vor. Ja. Erstmal langsam zum Üben. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwo. Drei. Machen wir ein bisschen schneller. Zack. Und. Zack. 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 Sehr schön. Okay. Das Ganze jetzt natürlich mehr Letten. Komm. Und. Und. Hüfte mit. Wunderbar. Das haben wir schon sehr gut drin. Okay. Hängen wir das mal zusammen. Vier Salsa vorweg. Sechs. Sieben. Eins. Zwo. Drei. Jetzt den Mambo Step. Nur rechts. Zweimal. Okay. Wiederhol das Ganze. Salsa. Und. Mambo. Hüfte. Hüfte. Komm. Noch einmal. Und. Eins. Zwo. Drei. Mambo. Geh vor. Drück. Ha. Genau. Man geht ja eigentlich gar nicht so richtig vor. Ist eigentlich so am Platz. Man verlagert das Gewicht. Huh. Jetzt habe ich gepennt. Mambo. Komm. Eins. Drei. Drei. Lass uns noch ein letztes Mal machen. Vier Salsa. Und. Geh vor. Mambo. Mambo. Sehr gut. Ja. Und dann wiederholt sich das einfach nochmal. Mambo. Mambo. Und. Mal. Schirraben platzt. Sehr gut. Alles zusammen. Alle vier Blöcke. Fünf. Sechs. Sieben. Oh. Salsa. Huh. Travel. Komm. Eins. Zwei. Drei. Pause. Mambo. Und. Salsa. Vier Mal. Mambo. Äh. Traveling. Mambo. Und. Wechseln. In den Salsa. Box Step. Komm. Eins. Zwei. Wiederholen. Vier Salsa. Und. Nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wuhu. Nummer drei. Wir gehen zur Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Bleibt hier für den Salsa. Und. Es geht nach links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Letzter Block. Vier Salsa. Und. Den Mambo Step. Und. Vor. Drück. Ja. Noch einmal wiederholen. Zack. Zack. Hey. Super. Ha. Sehr schön. Morschiere am Platz. Wir haben alle unsere Tanzblöcke. Oh. Geschafft. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal in den Wiederholungsteil. Lass uns wirklich nochmal komplett alles zusammen machen. So wie eben. Damit du noch ein bisschen mehr Übung bekommst. Und der Stopfwechsel ordentlich angeregt wird hier. Fünf. Sechs. Sieben. Salsa. Hopp. Und. Eins. Oh. Ich habe gepennt. Nochmal. Machen wir nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt starten wir. Und. Eins. Zwei. Drei. Travelling natürlich. Komm. Pause. Mambo. Und. Salsa. Salsa. Hopp. Und. Travel. Hey. Pause. Und. Block zwei. Salsa. Boxstep. Komm. Eins. Zwo. Eins. Zwo. Und. Nochmal wiederholen das Ganze. Boxstep. Eins. Drei. Salsa. Hopp. Zwo. Drei. Es geht nach rechts. Schritt. Rand. Schritt. Rand. Schritt. Rand. Hey. Salsa. Salsa. Und. Nach links. Und. Letzter Block. Vier Salsa. Vier Mambo. Zwei Mambo Step. Okay. Noch vier. Zack. 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 Und. Mambo. Okay. Marschiere. Ja. Die Arme kannst du immer frei bewegen. Wichtig ist, dass du wirklich die ganze Zeit auch mit den Armen in Bewegung bleibst. Ne. Sodass es wirklich komplettes Ganzkörperworkout wird. Ja. Fünf. Sechs. Sieben. Let's begin. Hopp. Travel. Und Mambo. Und Salsa. Hopp. Travel. Und Mambo. Und Salsa. Jicha. Boxstep. Komm. Und. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Und. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und Salsa. Komm. Und eins. So. Nimm die Hüfte mit. Und. Letzter Teil. Mambo. Yep. Sehr schön. Super. Wir haben's. Hast du sehr gut gemacht. Bis hierher schon geschafft. Jetzt hab ich eine kleine Überraschung für dich. Eine kleine Herausforderung. Im zweiten Teil von unserem Workout wollen wir das Ganze auch links tanzen. Ja. Das heißt, alle Bewegungen beginnen jetzt mit links. Okay. Wollen wir mal probieren, den ersten Teil zu machen. Die vier Salsa und dann das Travelling. Fünf. Sechs. Sieben. Salsa. Oh. Marschieren wir erstmal auf links. Das ist, glaube ich, ganz gut. Erstmal auf links marschieren, damit du hier ein bisschen in die Bewegung auf links reinkommst. Gut. Bisschen Luft zu wedeln. Das kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Mach dich bereit. Runde zwei. Alles auf links. Vier Salsa. Fünf. Sechs. Sieben. Starte. Links. Rechts. Links. Travelling. Nach links. Mambo. Bleib hier. Jetzt rechts. Salsa. Hüpp. Travel. Nach rechts. und Mambo. Sehr gut. Komm wieder zurück. Marschieren auf links. Das machen wir nochmal. Block eins. Fünf. Sechs. Sieben. Salsa. Juhu. Travel. Eins. Zwo. Pause. Es bleibt alles genau gleich. Nur mit links beginnen. Travel. Und Mambo. Sehr schön. Nochmal zurückkommen. Achtung. Wir machen das nochmal. Block eins. Auf links. Komm. Eins. Zwo. Drei. Travel. Eins. Zwo. Pause. Mambo. Salsa. Ja. Badam. Badam. Und travel. Und Mambo. Ja. Jetzt haben wir. Links. Rechts. Achtung. Block zwei. Du gehst vor. Kreuz. Rück. Und auf. Der Boxstep. Mit links. Kreuz. Rück. Auf. Ja. Nochmal schnell. Zack. Zack. Hey. Komm. Zum Üben. Nur den Boxstep. Letztes Mal. Sehr schön. Marschiere. Auf links. Auf links. Lass uns Block zwei machen. Vier Salsa. Und dann den Boxstep. Eins. Zwo. Drei. Vier. Komm. Eins. Zwo. Drei. Ja. Wir wiederholen. Komm. Links. Links. Salsa. Links. Hepp. Boxstep. Links. Sehr schön. Super. Teil eins und zwei. Wir machen alles hintereinander. Mit links beginnen. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Hab Spaß beim Tanten. Das ist wirklich das Wichtigste. Hey. Mambo. Und du kannst hier immer einsteigen. In den Salsa Side. Oh. Nach rechts. Und Mambo. Wir wechseln. Salsa Side. Yeeha. Boxstep. Oh. Eins. Zwo. Drei. Noch einmal. Und Salsa. Yeah. Gib alles. Und eins. Zwo. Drei. Okay. Marschiere. Super gemacht. Ich würde sagen, noch einmal für die ersten zwei Blöcke. Wir tanzen. Auf links. Oh. Hepp. Travel. Hey. Und Salsa. Travel. Hepp. Und Mambo. Sehr gut. Salsa. Komm. Boxstep. Geh vor. Rück. Vor. Noch einmal wiederholen. Vier Salsa. Hiefer. Und Boxstep. Super. Sehr schön gemacht. Jetzt hängen wir noch einmal eben den dritten Block dran. Oh. Weißt du noch, wie der ging? Das war mit den Seitwärtsschritten, ja? Also wir haben wieder das Vier Salsa auf links beginnen. Und jetzt geht es natürlich nach links. Einmal nach rechts. Einmal nach links. Dann wieder vier Salsa am Platz. Und nach rechts. Nach links. Nach rechts. Wo ist rechts? Wo ist links nochmal? Okay. Mach einfach mit. Ich bin deinen Spiegel. Versuch deinen Kopf wirklich mal auszuschalten. Und wenn wir das geübt haben, dann kommen die Bewegung schon von alleine, ja? Fünf, sechs, vier Salsa. Hiep. Und jetzt hierhin. Eins, zwei, drei, vier. Dahin. Und hierhin. Salsa. Hiep. Super. Gehirntraining auch. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Malschieren auf links. Und jetzt mehr Letten. Komm. Hüfte. Das machen wir nochmal. Fünf. Sechs. Sieben. Beginn mit Salsa. Seit. 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 Und wir gehen nach links. Nach rechts. Nach links. Bleib hier für den Salsa. Zack. Und eins. Zwo. Drei. Die Schritte bleiben gleich. Ist ja logisch. Nur man muss ein bisschen umdenken mit den Richtungen. Okay. Lass uns nochmal üben. Block drei. Bist du dabei? Hast du Spaß? Super. Das Gute ist ja auch, man braucht nicht ganz so viel Platz für dieses Workout. Man kann die Schritte immer anpassen auf den Platz, den man eben zur Verfügung hat. Ja? Fünf. Sechs. Sieben. Block drei. Hüfte. Salsa. Komm nach rechts. Eins. Zwo. Drei. Oh, nach links. Entschuldigung. Salsa. Jetzt nach rechts. Eins. Zwo. Zwo. Drei. Vier. Ich würde sagen, nochmal üben. Fünf. Sechs. Sieben. Hüfte. Und nach links. Nach rechts. Nach links. Salsa. Und zweimal zur Seite. Und einmal. Und einmal. Okay. Wir hängen alles zusammen. Nummer eins. Zwo. Drei. Natürlich mit links. Ja? Wir sind jetzt in der Linksrunde. Fünf. Sechs. Sieben. Eins. Zwo. Drei. Vier. Travel. Pause. Mambo. Step. Und Salsa. Travel. Hüfte. Hier kommt. Mambo. Step. Und links. Salsa. Zwo. Drei. Box Step. Komm nach vorne. Kreuz. Vor. Wiederholen. Salsa. Nach vorne. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Sehr gut. Salsa. Juhu. Jetzt kommen wir nach links. Eins. Ja. Und Salsa. Und das Ganze in die andere Richtung. Sehr gut. Wunderbar. Klappt doch. Ja? Machen wir doch mal. Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Links. Travel. Komm. Eins. Pause. Mambo. Und Salsa. 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 Mamba. Travel. Und. Sehr gut. Und jetzt Salsa. Block zwei. Es geht nach vorne. Nach vorne. Und wir gehen nochmal in den Salsa. Salsa. Und vor. Ja. Ja. Yippie. Seite. Und. Und. Salsa. Seite. Seite. Salsa. Ran. Okay. Wir marschieren. Auf links. Und Lettenmarsch. Wunderbar. Jetzt geht nur noch der vierte Block. Das schaffen wir auch noch. Wir beginnen mit dem bekannten Salsa. Lass uns vier schnell machen. Zwo. Drei. Und jetzt machen wir den Mambo. Es geht links. Rück. Links. Vor. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwo. Drei. Vier. Ja. Du gehst mit Gewicht rein. Mit Gewicht drauf. Gewicht. Gewicht. Ein bisschen schneller. Und. Zack. Zack. Mambo. Step. Auf links. Hep. Sehr gut. Und. Jetzt mehr Hüfte. Eins. Zwo. Drei. Vier. Mambo. Step. Und. Mambo. Step. Genau. Wir sind frontal mit dem Oberkörper. Mambo. Step. Hängen wir alles zusammen. Vier Salsa. Für den vierten Block. Und. Zwei Mambo Step. Und. Mambo. Nochmal vier Salsa. Komm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Zwei Mambo. Geht doch. Ne. Letztes Mal. Komm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Vier. Mambo. Easy. Letztes Mal. Dann haben wir es auch. Ne. Mambo. Sehr gut. Jetzt bist du gewappnet für die linke Seite. Ich würde sagen, wir machen alles zusammen. Auf links. Malschiere erstmal. So. End Sport. Ja. Jetzt haben wir die rechte Seite. Die linke Seite. Huh. Was kommt denn noch alles? Lass mich überraschen. Erstmal jetzt. Nur die linke Seite. Ja. Achtung. Es geht los. Komm mit. Salsa. Travel. Und. Eins. Zwo. Pause. Mambo. Step. Und. Salsa. Yippie. Travel. Eins. Pause. Mambo. Step. Und. Salsa. Hup. Box Step. Du erinnerst dich? Das war die Geschichte. Sehr gut. Salsa. Komm. Zwo. Drei. Vier. Und wiederholen. Box Step. Und. Ganz easy. Vier Salsa. Hier sind wir wieder. Es geht zur Seite. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und. Salsa. Und wieder zur Seite. Eins. Zwo. Drei. Salsa. Hey. Letzter Block. Dampadadam. Links Mambo. Eins. Zwo. Drei. Und. Einmal noch wiederholen. Eins. Zwo. Drei. Letztes Mal. Mambo. Und jetzt. Ist das Ding zu Ende. Wunderbar. Marschieren. Wow. Beide Seiten haben wir jetzt schon gemacht. Und. Ich würde sagen. Wir üben noch einmal die letzte Seite. Also die linke Seite. Einmal Tutti Frutti. Alles zusammen. Fünf. Sechs. Sieben. Eins. Zwei. Wuhu. Eins. Zwo. Pause. Mambo. Step. Und. Salsa. Jetzt kannst du schön austanzen. Und. Komm in den Salsa. Box Step. Sehr gut. Oh. Nochmal. Salsa. Vier. Und. Box Step. Box Step. Salsa. Eins. Zwo. Drei. Wir gehen nach links. Eins. Zwo. Vier. Und. Salsa Basic Seite. Und. Eins. Zwo. Drei. Und. Wieder Seite. Eins. Zwo. Drei. Mambo. Komm. Komm. Eins. Zwo. Drei. Sehr gut. Wunderbar. Marschiere. Hervorragend. Also. Wir haben die rechte Seite. Wir haben die linke Seite. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ja. Und zwar. Möchte ich, dass wir heute richtig loslegen. Ja. Und dafür. Verändern wir jetzt ein paar Schritte. Indem wir sie tief tanzen. Ja. Das heißt, das Salsa zum Beispiel geht tief. Ja. Es geht tief und hoch. Mach mit. Tief und hoch. Dadurch wird das Ganze wirklich anspruchsvoller. Ne. Und du merkst vielleicht auch dann hoffentlich den Kreislauf. Ne. Der super angeregt wird. Das Herz pumpt. Der ganze Körper ist richtig gut in Wallung. Ja. Du gehst tief und hoch. Ja. Salsa jetzt eine Stufe tiefer. Eins und zwei. Okay. Genau dasselbe haben wir hier. Travelling. Bleib. Ja. Und dann Mambo. Ja. Kannst du auch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Dann kommen wir wieder zurück. Was haben wir denn noch? Ah. Den Boxstep. Ja. Boxstep mit rechts. Geht vor. Da gehst du tief. Kreuz. Und hoch. Ja. Zack. Zack. Ja. Stell dir vor, du gehst wirklich eine Etage tiefer mit deinem ganzen Oberkörper. Ja. Das üben wir nochmal. Eins. Zwo. Drei. Vier. Okay. Manschiere. Und natürlich machen wir noch den Mambo zum Schluss auch etwas anspruchsvoller. Ja. Es geht tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Ja. Okay. Ganz easy. Wir tanzen jetzt einfach alles durch. Und ich gebe dir ein Zeichen, wenn du es ein bisschen tiefer tanzen sollst. Ja. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Puh. Okay. Ein bisschen Luft zuwädeln. Sehr schön. Vielleicht möchtest du auch noch kurz was trinken, bevor es jetzt losgeht. Wir geben jetzt nämlich nochmal richtig Gas für die rechte Seite. Ja. Das hatten wir am Anfang gemacht. Du erinnerst dich? Und. Marsch. Komm. Letten. Hüfte. Den ganzen Körper mitnehmen. Fünf. Sechs. Wir starten. Geh tief. Steister. Eins. Zwo. Drei. Travel. Und. Travel oben. Mambo tief. Und. Seis halt tief. Komm. Eins. Zwo. Drei. Travel oben. Hüpp. Pause. Mambo tief. Tief. Und. Seis halt tief. Hüpp. Und jetzt. Boxstep. Komm. Unten. Juhu. Wiederholen. Komm. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Und. Eins. Zwo. Drei. Vier. Sehr gut. Komm. Salsa. Komm tief. Bleib oben. Für die Seitenschritte. Und. Picha. Und. Wieder unten. Und oben. Und. Salsa. Unten. Hüpp. Zwo. Drei. Mambo. Geh tief. Und oben. Tief. Sehr gut. Komm. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und. Tief. So. Sehr schön. Malschier auf rechts. Huhu. Vielleicht hast du es gemerkt. Es ist wirklich viel anstrengender. Ne? Wenn wir immer diese kleinen Unterschiede einbauen. Ich hoffe, du hast es gemerkt. Wir machen jetzt nämlich noch eine zweite Runde. Auf rechts. Ja? Fünf. Sechs. Sieben. Komm. Salsa. Salsa. Kleine Bewegung. Travel. Oben. Mambo. Tief. Tief. Jetzt wieder das Salsa. Ein bisschen mehr. Wuhu. Körperspannung. Travel. Bleibt oben. Mambo. Geht tief. Und. Zack. 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 Step. Eins. Zwo. 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 Und nochmal. Salsa. Hüpp. Hüpp. Foxtele. Ein. Zwo. Tief. Da ist er. Hüpp. Bleib dran. Weiter atmen. Und jetzt oben bleib. Zack. Und tief. 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 Oben bleib. Ein. Letzter Block. Und gehe weit unten. Mambo, tief und hoch, tief und hoch, sehr gut, wiederholen, fast geschafft, okay, malschiere, sehr gut, das war rechts, okay, jetzt wechseln wir unseren Marsch auf links, ja, und das Ganze nochmal für die linke Seite, ich verspreche es dir, jetzt kommen die letzten beiden Durchgänge, ja, mit den Schwierigkeiten oben und unten, ja, wuhu, komm, Endspurt, jetzt hier dein Letten Dance Workout, marschiere, und wir starten, jetzt, komm, oh, Salsa, 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 Hepp, Travel, Pause, Mambo, geh tief, Salsa, bis unten, Travel, komm, 1, 2, Mambo, geh tief, sehr gut, Salsa, hey, hier sind wir, und Boxstep, komm vor, und geh tief, nochmal, und 1, 2, 3, 4, nach vorne, 1, 2, 3, Salsa, hey, 1, 2, Rippa, bleib oben für die Seitenschritte, 1, 2, und jetzt wieder unten, und bleib oben, jetzt nochmal unten, Hepp, 2, 3, Mambo, tief, tief, oben, tief, noch einmal, und letzter Teil, letzter Block, 1, 2, 3, sehr gut, wuhu, es wird ordentlich heiß, ne, also wer sagt, Tanzen ist nicht anstrengend, der lügt, der hat noch nie getanzt, ne, okay, ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Durchgang für die linke Seite, und dann haben wir beide Seiten gleichmäßig drin, jetzt ist sozusagen Endspurt für dich und für mich, für uns zusammen, ja, wir geben Gas, letzte Runde, let's go, 1, 2, geht tief, und Travel, Mambo tief, Hepp, und Salsa, unten, komm, 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 travel oben, und Mambo, geht tief, jetzt wieder unten, hallo, 3, 4, und Boxstep, wir gehen tief, tief, hoch, hoch, Salsa, noch einmal für den Boxstep, 1, 2, 3, und wir bleiben im Salsa, unten, richtig anstrengend, oben für die Seite, oben für die Seite, Step, und tief, 2, 3, 4, und oben, 1, 2, 3, 4, letzte Runde, komm, Mambo tief, hoch, und Salsa, komm, Basic Side, und Mambo, sehr gut, geschafft, Atme ein, atme auf, und ein, und aus, okay, ein bisschen kleines Cooldown, Ich hoffe, du hattest Spaß, ja, rechts und links, haben wir gemacht, super Workout, ganz easy, von zu Hause aus, machbar, und jetzt zum Schluss noch ein bisschen runterkommen, genau, und Wirbelsäule, Runden, und Öffnen, und Rundsch, ja, noch einmal, werde Rundsch, und Stretch, und letztes Mal, okay, hier in der Seite bleiben, einmal Stretch nach rechts, ist ja auch so heiß, herrlich, ein super tolles Gefühl, wirklich mal so den ganzen Körper in Bewegung zu haben, und dann noch mit so einer schönen Musik, und ja, ist einfach ein tolles Workout, mir macht es Spaß, ich hoffe, dir hat es auch super viel Spaß gemacht, und du bist das nächste Mal auch wieder dabei, ja, also, lass uns die Schultern kreisen, und dann die Füße langsam zusammenstellen, rechten Fuß nach vorne, und den Po nach hinten rausschieben, Fußspitze ranholen, Stretch, und Tack, genau, Knie zusammen, so rum, und ein bisschen weiter nach vorne verlagern, und öffnen, rechtes Bein, Stretch nochmal hier in die Seite, Knie öffnen, Ja, komm dann langsam wieder zurück, stell die Füße zusammen, alles für links, also Popo nach hinten, oh, genießen, Fußspitze ranziehen, Stretch, ne, so sieht das von der Seite aus, oder du bist hier oben, das geht auch gut, ne, okay, und dann verlagern, komm nach oben, Beide Knie schön zusammenbringen, ach ne, erstmal hier bleiben, und dann kannst du etwas weiter nach vorne verlagern, den Fuß in die Hand geben, und auflösen, öffne das Bein zur Seite, beugen, Stretch, Oberkörper, Knie weit öffnen, durchatmen, komm zurück in die Mitte, und hier einmal Stretch, ja, Füße zusammenstellen, rechten Arm nach hinten öffnen, und kreis, ein letztes Mal, atmen, und ausatmen, auslockern, also ich hoffe, du hattest Spaß, ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn wir heiß tanzen, zu heißer Musik, und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, wenn dir das Workout gefallen hat, schreib es mir in die Kommentare, gib mir den Daumen hoch, und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, mit dir zu tanzen, Tschüss, deine Anna